Ich bin Philipp Schröder. Ich komme von Oftringer. Ich bin in Oftringer Berufsbildner und ich gebe Fachkürze Glas und Kupfer. Ich begleite die Lehrlinge die ganze Woche durch, von Montag bis Donnerstag, zum Beispiel Unterstützung von den Fremdanbietern, also die die Kurse eigentlich geben. Ich mache am Abend die Aufsicht, damit sie pünktlich ins Bett gehen können und es alles ordentlich abläuft. Die Lehrlinge kommen von der ganzen Schweiz zusammen und damit wir früh das Bünkel anfangen können und nicht zu spät, ist angebracht, dass man da schlaft. Es ist schön, wenn man sich im ersten Lehrjahr begegnet und dann wieder im letzten oder man sie begleitet durch die drei Jahre, sieht man die Fortschritte sehr gut. Also im ersten Lehrjahr sind sie noch etwas zögerlich und brauchen mehr Unterstützung und jetzt so im dritten merkt man einfach, dass sie schon länger auf dem Job sind und was gelernt haben und sie brauchen nicht mehr so eine feste Unterstützung, einfach nur noch so Details manchmal und für mir ist das eine riesen Freude, die Entwicklung mitzuerleben.